Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir haben jetzt hier das Rebellenlager Teufelsgriff mit, äh, naja, weniger als mir eigentlich lieb ist. Aber das sollten wir doch, äh, ich schätze mal Honk kriegen, oder? Honk kriegen vor allem. So, ich mach jetzt mal nicht alles an Pfeilchen hier leer, also an, ähm, Maschinenmuskel, weil wir müssen da jetzt runter. Was heißt, wir müssen da runter? Ich lasse Hermann mal hier, ich packe ihn mal ein. Ich hoffe, es kommt keiner vorbei, der irgendwie nach einem Parkticket oder was sucht. Denn, ähm, naja, das besitzen wir halt nicht, ne? Ja. Ja. Rebellen, äh, rebellieren. Ach was, wirklich? Könnte interessant werden. Das Lager ist aber auch nur geringer, äh, von der Stärke her, als wir selber. Also 24, wir sind jetzt 36. Wir könnten's, wir könnten's hinkriegen, könnte aber auch ein bisschen hart werden. Hm. Könnte hart werden, ist halt hart wäre, weißt du? So. Also, wir wurden schon entdeckt, weil Elo ja einfach mal drauf rüsseln musste. Oh, wie hart diese Maschine aussieht, ne? Weil Elo ja einfach mal so drauf rüsseln musste. Äh, klasse. Letzter Schuss. Oha. Das tut der Maschine aber weh. Guck mal. So, pass mal auf. Alter, diese Aimbotter, ne? Ich weiß nicht, wie die mich jemals treffen können hier. Warte. So. Ja, ja, nee. So. So. Einmal. Nochmal. So. Äh. Meins. Elo. Eloi. Ich häng an einem Baum fest. So. Äh. Sollen wir haben die Regaler überall vertonen lassen? Oder was ist das jetzt für eine Scheiße hier? Das war nicht Hogwarts Legacy, wo man überall den Charakter von, äh, Thaddeus hört aus, äh, hier, Spongebob-Schwanzkopf. Ich hab grad der Name nicht eingefallen. So, Alter, jetzt mal besser den Kopf im Helm behalten. So, wir haben hier auch ein paar Urinen, äh, Ruinen. Warte mal. Ich will mal gucken, was der hier so in der Tasche drin hat. So. Ja. Du bist doch ziemlich doof. Ja, ich bin doch hier. Bist du der Anführer? Bist du der Anführer? Einer von euch? Wo ist der Anführer? Da. Nee, das ist der Rebellenstreiter. Und wo ist die oberste Heeresleitung hier von? So. Nein. Ich hab sie. Mach das nochmal. Okay, hier. So. 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 Warte. Und jetzt. Da. Jetzt mach ich's nochmal. Und jetzt? Oh, nö. Es kommt eher um die Ecke. Ich könnte ja Hermann rufen. Hermann! So, Alter, jetzt hast du ein Problem. Jetzt ist Hermann da. Oh, der hat der Exe platt gemacht. Warte mal. Ich will die Exe haben. Lasst mich die Exe holen. Hermann! So, ist brav, Hermann. Mann, ich will die Exe haben. So. So, jetzt haben wir ihn. So ein Alter. Diese Aimbotter, weißt du? So schnell wie ich mich bewege, können die doch gar nicht zielen. Machen sie aber. So, was ist das hier? Das war doch meine alte Anlage oder sowas. Ich brauche unbedingt was zum Heilen. Ich hab auch gar keine Heiltränke mehr. Kann man nicht einen Heiltrank oder sowas herstellen? Nee, leider nicht. Leider, 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 leider nicht. Aber warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir könnten doch... Weizensalat, den will ich gar nicht herstellen. Ja, guck mal. Wir ändern das jetzt einfach mal in den Trank da. So. Dann da habe ich noch ein ganzes Fläschchen von da. Das pfeifen wir uns jetzt mal hinter. So, Herrmann, jetzt da hinten die Eide. Jawoll, Herrmann, so ist gut. Herrmann, ich bin noch deine Freundin. Äh, so. Aber ich brauche ja eigentlich jetzt, wo Herrmann da ist, nur noch looten, ne? Guck mal. Noch ein Schütze. Hier ist noch einer. Herrmann räumt echt auf. Geht voran. Das war knapp. Wenn ich wissen will, was diese Kerle vorhaben, muss ich den finden, der dir schenkt. Ich muss Herrmann reparieren. Herrmann! Ja, ich habe bald eine labile Hüfte, ne? So, warte mal, Herrmann, Herrmann. So, ich weiß, du bist ein bisschen angeschlagen. Aber. So. Ach, wir können das wieder auffüllen? Das habe ich auch noch nicht gewusst. So, Krallenschreiter reparieren. Herrmann! Herrmann! So, gefällt mir zwar nicht, das wird jetzt eine Menge Geld kosten, aber Herrmann ist echt eine geile Maschine. Und den möchte ich auch weiterhin benutzen. Da sind es mir schon mal 600, 700 Scherben wert, bis er repariert ist. So, sehr schön. Ja, ja, ich weiß. Was? Ja, Mann. Wo bist du? Der Schmerz lässt nach. Was stehst du hier draußen rum? Öh. Also, geht doch. Warum denn nicht gleich so, dass man ihn immer zweimal bitten muss? So. So, Herrmann holt sich hier erstmal Freunde, wie es aussieht. Aber kommt da nicht so ganz dran, ne? Doch, jetzt hat er das Geschirr. Alter. Was ist das? Ich häng fest. Eine Versicherkanone. Das hört sich gut an. Herrmann, wo? Ich hasse es, wenn Ela ewig so umspringen ist. Ja, Regala, ich weiß. Du bist auch gleich dran, so wie ich dich sehe. Ich krieg's aber nicht. Da drüben. Ja, 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 komm. So, wo bist du, Alter? Da. Alles gegeben. So, sehr schön. Sie zuckt noch ein bisschen, aber das Leiden sollte auch nicht vorbei sein. Hermann hat... Hermann. Hermann hat noch etwas zum Spielen gefunden. Soll er ruhig machen, da oben. Hier, schauen wir mal, was wir hier hinten haben. Da war ja eine Menge zum Looten. Pass mal auf. Guck mal. Erstmal er hier. Dann Kiste 1. Oh. Kiste 2. Was haben denn hier alles ausgegraben? War das mal ein alter Bunker oder sowas? Würde zumindest auch erklären. Ich glaube, Hermann hat den Anführer gefunden, ne? Wie ist denn Hermann da hochgekommen? Ja, 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 ja. Ich muss erst mal gucken, wie Hermann da hochgekommen ist. Ich meine, der kann ja springen. Vielleicht mach ich's kurz, wenn du jetzt rauskommst. Damit haben sie Maschinen... Und dieser Hammer... Wie ist das? Er hat ein Überbrückungsmodul wie man... Aber anders. Damit überbrücken die Rebellen die Maschinen. Ja, Mann! Haben die Rebellen weniger davon. Alles Glocken bringt nichts. Ja, Mann ist da. Fühlt sich gut an. Hermann, komm! Ja, haha! Ich weiß ja, man wollte mich nur von der Seite wegschubsen. So, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. So, hier überbrücken die also ihre Maschinchen, ja? So, schicht im Schacht, Freunde. Ja. Werden wir auch alles machen. Wir müssen auch wieder wie dämlich dieses Heilkraut sammeln. Ach, Freunde. Hier, Heilkraut. Heilkraut vor allem. Warte mal. Hermann, du bleibst kurz da, ja? Brav. So, warte mal. Hier sieht man ja Janus Schmerz. Das ist ja nur noch ein Haufen Schrott alles hier. Ich weiß doch gar nicht, was Hermann hier oben gefunden hat oder gesucht hat. Hier ist doch niemand mehr. Alter, spring da hoch. Nee, hier ist auch nichts. Ich glaube, von hier wird das Lager geleitet. Und ein gutes Bier. Hat das noch wer gesehen? Verstanden. Ich klicke dich. So, keine Munition, dann machen wir halt mal neue Munition. So. Ich glaube, Hermann hat jetzt das Ende erreicht. Ja, das war's mit Hermann. Hier bin ich. Ich repariere gerade mal eine Maschine, du Blödmann. Warte, 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 warte. Ich hätte gedacht, Hermann hat sich erledigt, aber ich kann meinen Hermann reparieren. So, Hermann, die Rache ist dein. So, na, Eloy. Eloy ist manchmal so unbeholfen, weißt du? Das brauche ich. Ich meine, Geralt ist ja nicht so schlimm. Geralt ist ja so, da fällt eine Treppe hoch und ist tot. Aber Eloy hängt ja erst an der Treppe fest, wo sie tot ist. Ich glaube, ich glaube, das war kurz und schmerzhaft für ihn. So, wie ich es am meisten mag, meine Opfer zu quälen, bis sie sterben. So. Also, Freunde. Braver, Hermann. Brav. Das hast du ganz toll gemacht heute alles. So, jetzt darfst du erst mal gehen und einen Schluck Maschinenöl trinken. So, einmal durchsuchen. Hier haben wir den Anführer. Den Schützer, ne? Todbringergewehr. Mal sehen, was ich damit machen kann. Das ist schon geil, ne? So, was haben wir denn hier? Einfaches Gerät für Einzelweg kommunizieren. Und enthält aufgenommene Übertragung. Dann wollen wir mal gucken. Das bin ich. An alle Ingenieure und Agenten. Findet die Nora, die unsere Anlagen lahmlegt. Und wer sie nochmal Retterin oder Streiterin vor mir nennt, dem schlag ich den Kehlkopf ein. Asera, wir brauchen dich. Ruhe bewahren. Ich bin gleich da. Spürt sie auf. Und tötet sie. Und dann bringt ihren Fokus zu mir. Würde Silence nicht gefallen, wenn ich all diese Daten bekäme. Da haben wir's. Silence hat mit den Söhnen des Prometheus zu tun. Ja. Hat er, aber warum? Warum? Wieso? Ich mein, ist doch schon, äh, schon ein bisschen scheiße, oder? Kann doch wohl nicht wahr sein. Überbrückungsmodul. Ein Überbrückungsmodul. Wie meins. Aber modifiziert. Sieht aus, als funktioniert es nur im Innern einer Maschine. Dafür ist die Ausrüstung da draußen. Sie durchbohren die Rüstung einer Maschine und pflanzen ihr das Modul ein. Haben wir's auch herausgefunden. Unfassbar. Und was ist das jetzt hier? Ich kann los. Oder mich um die restlichen Rebellen kümmern. Ich hab mich schon um die Hauptbedrohung gekümmert. Was sind für restliche Rebellen? Muss ich looten, oder was? Aber ich, ich dachte, die sind tot. Wie komm ich hier überhaupt wieder raus? Ach da. Mach ich doch auch, weil ich bin ja hier reingekommen, dann muss ich ja auch irgendwie wieder rauskommen. So, warte mal. Äh, hier so längs. Dann lag doch, ich glaube, hier vorne. Ah, genau. So. Was hat denn der da in der Hand? Ach, das ist so ein Britzenstab. Aber sonst sind doch hier gar keine Rebellen mehr. Ich hab doch alle weg. Hä? Hä? Ich, ich gebe zu, ich bin jetzt so ein kleines bisschen Torsteuerung. Hier. Machen wir mal das Tor auf. Dann kann, äh, Hermann auch wieder herauskommen. So, sehr schön. Ich dachte vorhin schon, ich muss das irgendwie einschlagen oder einreißen oder sowas, aber... Sogar keine Rebelle mehr. Oder? Nee, ich dachte, weil Hermann hat sich gerade kurz animiert gefühlt. Aber hier ist nichts mehr. So. Wir nehmen aber trotzdem hier noch das hier von dem Verderber mit raus. Och, ich hasse die Viecher, hoffentlich. Silenz, der Verbrecher. Dieser Verbrecherhund. Dass die Söhne des Prometheus jetzt wissen, wer ich bin. Erschwert ist, sie aufzuhalten. Ja, aber sie haben auch eins gelernt. Keine Gnade. So. Dann hätten wir jetzt einmal das da hinter uns. Ich glaube, ich weiß nicht, ist hier ein Feuerglimmer oder sowas? Weil wenn da ein Feuerglimmer ist, dann könnten wir doch eventuell da so reinschmatzen, ne? Wenigstens habe ich jetzt einen Namen. Asera. Ach so. Ihre Anführerin. Ich dachte... Ich sollte mit Ehren sprechen. Vielleicht weiß er, wie sie ist. Ich dachte, ich sei dann oder sowas. So, Hermann. 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 Komm. So. Mein Freund. Wir marschieren weiter vorne hin. Ich will mal gucken, ob das ein Feuerglimmer ist und ich da eventuell reinkomme. Er lebt noch zum Teil. Ist zwar zur Hälfte zermanscht, aber er lebt noch. Äh, okay. Der lebt jetzt nicht mehr. Ich meine, es ist ein Vogel. Warum fliegt dieser blöde Vogel auch nicht? Hä? So. Fertig. Hätte doch wegfliegen können. Jetzt mal ernsthaft. Oh, da kommt eine 50 Tonnen schwere Maschine auf mich zu. Die sieht aus wie ein Velociraptor. Ach, ich bleib mal hier sitzen, weißt du? Aber Hauptsache, Ally kommt um die Ecke. Drei Kilometer entfernt. Hermann. Hermann. Da hoch. Hermann will nicht da hoch. Aber wir müssen sowieso absteigen, weil... Ich brauche hier noch heile Blümenlein. Und die wollen wir mal nebenbei sammeln. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier so drüben hin. Ist hier nicht der Grauhabig? Äh, nee, nicht Grauhabig. Ist hier nicht die Lufthansa abgeschmiert? War das nicht hier? Du bist Lüte hergekommen, Hermann. Egal. Ich meinte, das wäre hier gewesen, ne? Mit der Lufthansa. Ja, genau. Das war da mit der Lufthansa. Richtig. Hier möchte ich auch ungern nochmal hin, falls das Ars wieder respawnt ist. Da vorne hatten wir ja den Steinbrecher gehabt. War das hier vorne? Nee, das war nicht hier vorne. Ah, doch. Das war hier. Genau. Ja, dann haben wir noch das da. Was ist denn da? Wieso geht das da so rein? Gucken wir uns das doch mal an. Hermann. So. Wollen wir mal schnell da hinreiten? Also hingaloppieren? Ich glaube, da muss ich ein bisschen klötern. Das ist da oben. Sieht man ja schon. Das Rebellenlager hier haben wir schon. Genau. Was? Ach, Hermann. Ich weiß. So. Ich weiß. Hermann ist so ein treuer Roboter. Weißt du? Der will, dass man auf ihm reitet. Ach, das sind hier diese Affen. Genau. Die sind ja auf meiner Seite. So, aber wir müssen jetzt trotzdem Hermann erstmal hier unten stehen lassen, weil ich glaube nicht, dass er damit hochkommt. Warte mal, noch ein Blümelein. Nehmen wir mit. Können wir als Reserve immer gebrauchen. Ich habe nicht gewusst, dass man das mit Q gedrückt halten wieder auffüllen kann. Das habe ich jetzt so wirklich nicht gewusst. Ich dachte einmal, er es lernt. Ich muss es dann, wenn, dann aus meiner Truhe holen. Aus dem Privatlager. Weißt du? Aber dass sie noch eine zweite Arschtasche hat, wo noch ein bisschen mehr drin ist, das wusste ich nicht. So. Draußen ist richtig, draußen ist richtig Bäcke-Schwarz. So. Pass mal auf, wir exploren hier mal so an der Seite hoch. Gibt es bestimmt einen anderen Weg, um hier hochzukommen. Aber bis ich den gesucht habe, habe ich einen Bart. Also machen wir das mal so hier. Hallo, Eloy? Speichern? Jetzt. Alter. So, wir haben hier eine Werkbank. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Outfit-Upgrade, Beutel-Upgrade. Das ist immer gut. Och, Beutel-Magazin. Egal, können wir gebrauchen. Nehmen wir mit. Einen größeren Beutel zu haben, ist immer von Vorteil. So, das hier. Tenak-Maschinen. Ja, 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 ja. Komm. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Und dann halt Munition, aber die kann ich so hier herstellen. Pass mal auf. Machen wir erstmal das Ding hier. Dann natürlich den hier machen wir erstmal so gut es geht voll. Der hier ist auch sehr wichtig. Das da geht mir erstmal am Säckel vorbei. Den hier machen wir voll. Den können wir nicht mehr voll machen. Dafür brauchen wir Maschinenmuskel. Aber das hier. Das reicht mir jetzt erstmal. So. Dann gucken wir uns mal an, wo es da so hingeht. Na, das scheint ja noch irgendein Areal zu sein, das wir noch gar nicht kennen. Und dann gucken wir mal. Ich will ja hier auch alles aufdecken. Und für diejenigen unter euch, die jetzt am rummeckern sind. Die alles angucken. Zwölffach. Und zwölffinger da. Und hier nicht. Und hier da und da und hier. Weißt du was? Das ist mir das Spiel. So. Und ich möchte mir das ganze Spiel angucken. Hat ja schließlich auch Geld gekostet. Ihr könnt froh sein, dass ihr dran teilhaben dürft. Seid mal ein bisschen, seid mal ein bisschen, äh. Seid mal ein bisschen dankbar dafür. Ganz ehrlich. Immer gut einen Vorrat zu haben. Immer dieses Fußvolk. Dieser Pöbel. Weißt du? Unfassbar. Wenn der König spricht, ist das die Folge ruhig. So. Da geht es doch tatsächlich hoch. Und da ist ein verschütteter Weg, so wie ich gesehen habe. Oder? Und da sah das nur so aus. Wir laufen da jetzt auf jeden Fall mal rein und gucken uns das an. Aber irgendwas ist hier. Das zu. Ja, ja. Irgendwas ist hier. Aber da komme ich nicht hoch, ne? Nein. Da komme ich nicht hoch. Du könntest mal ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt hochkomme. Ich glaube, da muss... Ich glaube, da muss irgend so eine harte Maschine noch ran. Ja. Das Ganze vergessen. Irgendein Kampfareal ist hier hinten. Irgendwas ist hier. Und das gefällt mir jetzt schon nicht. So. Hier haben wir auch so einen kleinen Weg. Da ist auch ein Fragezeichen rein. Dann gucken wir uns doch den einfach mal an. Den Weg. Also nicht den Fragezeichen, sondern den Weg. So. Draußen fängt es noch mehr an zu stürmen. Was ist denn das für ein Wetter? Es wird immer schwüler draußen. Es ist am Plattern. Es wird immer mehr von der Luftfeuchtigkeit, vom Luftdruck. Aber es ist nicht am Krachen. Ich hoffe, in die Nacht kann man wenigstens schlafen. Dass man nicht wieder aus dem Bett schwimmt. Weißt du? Dann hast du ein Wasserbett, weil alles so klatschnass ist. Und dann klebt wieder alles an hier. Dann musst du auch noch irgendeine Poolnudel mitnehmen. Sonst vertrinkst du beim Schlafen. So. Was haben wir denn hier so schönes? Wir haben da Sonnenflügeareal. Wieso du? Hä? Was ist denn hier passiert? Oh nein. Oh Schande. Oh Schande. Oh Schande. Das wird eine interessante Sache. Hätte ich das jetzt eigentlich verhindern können? Naja, zur Not. Zur Not rufe ich Hermann her. Hermann, rette mich. Die Maschine erledigen. Alter. Ist ja schön, Hermann. Lass dir bloß nichts gefallen. So, ich will jetzt auch nicht die ganze Munition da verballern für diese Nasen. Ich bin Soldat. Was haben die denn hier? Die haben doch tatsächlich einen Hinterhalt gemacht. Du so Verbrecher. Nischte ist mir einfach von hinten zu verbraten. Freund Nase. So, ne? So schnell kann das Leben vorbei sein. Ach, ein Feuerglimmer ist hier. Achso. Hermann, komm. Komm. Komm mal her, Hermann. Oh, dich mal wieder ganz machen. So ist das doch schon viel besser, oder? So, dann gucken wir mal, was er hier oben hat. Was haben die denn hier gemacht? Wieso denn überhaupt? Wollten die hier eine neue Basis oder sowas aufbauen? Auf jeden Fall ist hier was Interessantes. Und das haben die gewusst. So. Also, was haben wir denn hier? Toll. Eine Kiste. Ich sollte vielleicht mal die Spulen, die ich verbaut habe, irgendwie austauschen, ne? In bessere Spulen. Ich habe hier so viele geile Sachen da. Aber hier ist wirklich nichts mehr. Das war alles hier hinten. Das war alles. Das ist echt alles gewesen, ne? Okay, Inventar. Pass mal auf. Wir bauen mal hier andere Sachen ein. Und zwar in den Bogen, ne? Der hat ja so schon mal richtig geile Voraussetzungen. Und da würde ich halt gerne das hier reinpacken. Ui. Den nehmen wir. So. Dann das Teil hier. Das hat eine Frostspule drin. Aber ich befürchte, wir haben eine bessere. Wir haben keine bessere. Dafür. So. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal alles durch. Aha. Ne. Dann schon lieber das. Weil der soll ja stecken bleiben und in die Luft fliegen. Mehr nicht. Mehr soll der... 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 Machen. Säure. Dann hauen wir hier. Verständnis nutzt die Spule momentan. Nein. Dann bleibt die erstmal da. Das ist auch schon vergeben. Gut. Dann machen wir hier in den hier vielleicht... Die ist auch schon vergeben. Die ist vergeben. Überall wo ein Häkchen drin ist. Die Spulen sind schon vergeben. Den könnten wir reinsetzen. Aber das wird nicht springen bei dem Ding hier. So. Dann gucken wir mal hier nach. Die benutze ich ja jetzt aktuell. Das ist ja der mit dem Britzelfritz. Ja. Könnte ich rein machen. Aber... Lassen wir erstmal so. Das würde... Das wäre... Das wäre tatsächlich ein Downgrade. So. Hier haben wir den drin. Da haben wir... Da haben wir Säure drin. Das benutze ich nicht. Das will ich nicht. Das brauche ich nicht. Da haben wir eine drin. Und... Warte mal. Hier könnten wir vielleicht... Ne. Auch nicht. So. Ja. Also. Unterschlupf. Wir gucken mal. Ob wir da hinreisen können. Ob ich denn noch was aufbessern kann. Oder aufwerten kann. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Das war jetzt erstmal Folge 69. Bluten und Leveln Teil 3. Ja. Und wäre schön. Wenn ihr in der Folge 70 dabei wärt. Dass wir uns dann noch ein bisschen weiter die Gegend angucken. Vielleicht eine Art Quest oder zwei machen. Mal schauen. Was hier an Nebenquests alles läuft. Ne. Auf jeden Fall. Speich... Speichern. Jetzt ist schon wieder das Feuer. Speichern. Jetzt speichern. So. Sehr schön. Einfach nur sehr schön. Erde unten ist auch schon wieder da. So. Ach weißt du was? Hier. Nehme ich euch nochmal mit. Für ein tolles Familienfoto. So. Einmal und... Hello. Ja. Bei Fuß. Und einmal so hier. So Freunde. Na. Wie gesagt. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020